Jetzt machst du auch ein Intro, komm. Nein, nein. Oder Louis, du sagst was. Warte, warte, du kommst hier, wir müssen dir in die Augen schauen. Jetzt geht ihr durch und ich stehe hier so und guck nach unten und guck nach oben, okay? Was? Nach oben? Kommt einfach rein, ich improvisier. Okay, ja, alles klar. This is on Skizaurus. Guten Tag bei dem neuen Halloween. Gut, Marvin. Du bist übrigens gesprintet, ne? Das zieht dir 5 Flamen. Das darf ich nicht. Nee. Okay, das wusste ich nicht. Ey, warum schießt das deine Freundin? Der boxt sie. Ja, Louis, zähl dein Leben, ne? Oh, ein Louis. Oh, wo er sich hinstellt, das gibt's doch nicht. Ist das dein Ernst? Was ist das einzig? Du bist ein wichtiges Kind. Du musst vorgehen. Wenn ich jetzt sterbe, dann zieht mir das Leben nicht ab. Der Leben wird mir nicht abgezogen. Doch, du warst doch. Nee. Hallo. Jungs, ich zeig's euch mal. Flashlight anmachen, Flashlight aus. Kurz hier in die Ecke und dann wieder weg. Mal um 180 Grad drehen. Y in den Chat schreiben. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich hab grad Probleme. Hey, du. Freigetaktivier mal die Falle. Okay. Der wartet auf mich bitte. Oh, nein. Meinst du, das funktioniert? Blockiert einfach die Falle. Warte. Das würde niemals funktionieren. Wir brauchen hier noch so was. Also ihr nehmt mal. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Oh, fuck. Ich bin auch so sehr runtergefahren. Ja, lass die Winde hinweg. Ey, das blockiert's wirklich. Das blockiert's wirklich. Oh, shit. Shit, das hab ich getroffen. Mann, ich wollt's doch sehen. Warum macht ihr einfach... Geil. Ihr seid Penner. Das zieht euch allen ein Leben weg. Noch zwei Lehmböden. Alter. Wart mal. Was machst du? Ey. Wir sind nur noch zwei neben. What the fuck? Wohin mit dir? Genau, was war das jetzt? Aua. Was verdient? Ich komm sofort. Nein, was? Wie du? Nee, nee. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Ich krieg der den einfach nicht. Der sprintet einfach. Oh, er kommt jetzt wieder gleich raus. Oh nein. Hier ist halt alles. Außer er stirbt wenigstens mit Würde. Okay, wir kommen. Süßes, sonst gibt's Aures. Haben wir irgendwie Leben oder einfach unbegrenzt? What the fuck? What the fuck? Wow. Du hast Glück gehabt. Ich hab keine Ahnung, was die Alte macht. Ja. Das ist Novaks Freundin. Der Mann, Christian. What the fuck? Hab ich doch. Jetzt hab ich Angst. Okay. Oh. Ripped. Oh, da sind Kanonen. Da sind Kanonen. Du wirst drüber hinwegkommen. Wo sind Kanonen? What the fuck? Ne? Wo? Was ist hier? What the fuck? Ich bin in einem schwarzen Loch oder so. Ich auch. Alle gekehlt. Wie viele Leben haben wir denn jetzt noch? Ich hab noch vier. Ich hab vier. What the fuck? Ich hab irgendwas eingesammelt. Was machst du? Wow, du hast ein Power-Up. Was bringt mir das? Du musst jetzt gehen, weil du bist unsterblich. Genau. Geh voran. Ich bin unsterblich. Du verarschst mich doch 100%. Nein. Geh. Ich bin unsterblich. Guck. Siehst du? Oh, ich will das Ding nicht mehr. Du bist ein bisschen unsterblich. Soll, du hast auch eins. Nein. Echt jetzt? Doch. Du hast, du hast wirklich. Ey, hier liegt auch noch eins. Ich bin auch. Gut, dass du das jetzt eingesammelt hast. Alles unsterblich. Ja, du gehst voran trotzdem. Du gehst voran. Ja, Jungs, ich geh einfach voran. Ja, man sieht hier schon, wo es einbricht hier. Ja, geh doch. Oh Gott, der schubs mich. Ich kann nicht schubsen. Wieso bin ich gestorben? Ich war nicht mal da drauf. Theoretisch, wenn ich jetzt hier einen Tisch hinstelle, ja? Geh mal weg. Und auf den Tisch. Au, verdammt. Au, ich habe vorhin. Richtig schlecht. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich... Theoretisch. Theoretisch, wenn ich jetzt hier einen Tisch hinstelle, werde ich stehen. Voll der lange Weg, Alter. Wow, nice. Habt ihr? Das sieht gut aus. Ne, warte. Er hat gerade irgend so einen Bug. Ohne Waffe. Ich? Ich war so knapp. Ich hab einen Waffenbug irgendwie. Au. Ich bin drin. Hä? Ich auch. Oh. Wow. Nice. M. M. Da war er. Das sieht geil aus. Ey, hör auf zu schießen. Wir dürfen jetzt was aussuchen. Ey, stopp, stopp, stopp. Irgendwas, irgendwas. Meteor Shower. Ah, HP. Ah, HP. Jawohl. Jawohl. Wählt das mal was aus. Ey, warte mal. Wir sind tot. Guck nach oben, guck nach oben, guck nach oben. Wow. Oh shit. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin noch dabei, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich zieh dich ab, Junge. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Zieh dich ab. Ver David. Overview. Scheib dich ab.